Wir müssen eine Menge Kurs machen, bis er zum ersten Einsatz reinkommt. Es ist immer noch etwas skeptisch. Ja, wirklich gut. Es dauert sich fast gar nicht mehr, wenn man in zwei Monaten ausgewählt wird. Die Kollegen können gelernte technischen Geräte. Es ist ganz wichtig. Die sechs Monate Beschneidung für seine Kumpels. Wir freuen sich natürlich für die Verkürzung. Aber er hat nichts davon. So was er noch der Grund mit der Frage. Sag mal, zwei Monate ausgerufen. Für so einen Silberjob. Das ist ja nur eine Menge. Was macht er denn immer noch? Und wir sind in der Pfad der richtigen Krankenwerke. Also man weiß. Wenn wir euch haben, ist man zu messen. So fünf bis sechs Wochen am Tag. Und sozusagen mit dem Sanität heraus auf Einsatz. Also zwar erkennt. Für da. Das ist ja nur ein Traisch. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020